hello friends und willkommen zu diesem neuen video mal wieder phasmophobia mit uns dreien mal sehen wie es jetzt so abgeht viel spaß das klingt irgendwie gruselig ich weiß nicht das ist riesig können wir jetzt mal bitte wieder eine chill-runde machen dann lass mal eben irgendwie was haben wir denn am anfang immer willow ne was haben wir da noch mal gespielt willow street nee das hieß anders viel spaß hallo jetzt schon guten tag wo in irgendeinem kopf stehe ich gerade was so was labert er denn so lang machen sie ein foto vom geist die lisa ist das die lisa dann nehme ich diesmal wieder das thermometer mit dann mache ich mal emf was soll ich noch mitnehmen irgendwer hat schon das buch mitgenommen kann das sein ja dann nehme ich dieses geist da nehme ich mal den dots projektor mit das ist gar kein problem für mich gar kein problem ist die molly eigentlich noch da oder hat die auch schon kein boffenein gehabt ne die molly ist was da tadaa ne da tadaa das ist die molly mein stuhl rutscht die ganze zeit auf meiner decke hier herum das ist sowas von ätzend die lisa antwortet nur auf personen die allein sind müssen wir uns merken oh mein gott wir können doch auch die aufgaben wir können doch auch die aufgaben im spiel im haus gucken haben wir doch festgestellt ja die stehen wenn bei j auch wer den schlüssel genau aber das habe ich doch auch immer gesagt du brauchst eine pussycam nadine ich hoffe du meinst eine ich hoffe du meinst eine mollycam hallo hallo wow 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 was geht hier für eine action action äh ja hier ist er hier ist er hier ist er hier ist er aber hier ist es 14 grad hier Fingerabdrücke 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 oh nein ah ne doch wie viel ist das liegt auf dem Boden aber hier ist 15 grad ja das ist super ist super ist super ja aber sie ist hier mit Sicherheit ja ich mach mal den hier den äh ne schreib in das Buch schreib in das Buch schreib in das Buch schreib in das Buch Lisa Moore Lisa Moore Lisa Moore wow Nadine was hat Nadine gemacht die hat den Namen gesagt lebensmüde oder was aber dann kann ich dann dann kann ich das ja wegschmeißen oder Foto vom Geist Geister im Wind Kerze aus aber ich kann die Temperatur wegschmeißen ne weil wir hatten da ja nichts aber vielleicht kommt das mit der Zeit noch oder achso ok also ich weiß nicht ob das dann gar kein Problem kann ich mal mit ihr reden reagiert die auf Einzelpersonen oder auf zwei allein nur oh nein mhm ja Pussy bedeutet auch Deutsch Kätzchen ja das weiß ich das weiß ich aber danke für die Info aber wo sieht man bei J denn jetzt die ach hier sieht man die Aufgaben also auf J und dann auf Überblick und dann stehen da die Aufgaben ja cool mega wer hat denn die Kamera mit niemand ich hab die achso also ich hab die Videokamera ne und ach die Fotokamera liegt hier noch ok soll ich die mitnehmen ja wir haben die Knochen ja noch nicht gefunden ne wenn du noch einen Slot hast ja vielleicht fotografiere ich einfach die Lisa vielleicht ist sie offen für ein Selfie ich bin versaut aber nicht so versaut ok oh die hat ein die hat Licht angemacht die macht schon Action im Haus die hat Licht angemacht oder so hallo wow 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 was steht da 3 bei 3 ist die gute bei 3 war's äh EMF Dings ist 3 wo waren jetzt die Fingerabdrücke wo ist Nadine 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 wo bist du wo waren die Finger wo waren die Fingerabdrücke hier außen dran außen ok ja warte ich mach mal eben kurz ein Bild ok ähm ey jetzt hast du die naah Mann ja egal soll ich wieder zumachen die Tür oder wow 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 was ist da jetzt 5 EMF 5 ab geht's raus 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 ist da Nadine hat Nadine sich wieder verpieselt oder was ja Nadine Nadine mhm ihr habt die Tür aufgelassen jetzt können wir doch gar nicht gucken ob sie da ist ja du du sprintest direkt in den Van ist klar ich wollte noch mit ihr reden vielleicht hätte ich kurz die Pferde schreiben sollen so oder was soll ich auf oder zu machen Nadine wie geht das denn wie geht das denn aus du musst den Van anheben oh hab ich die Tür die Tür ist offen ja warte ich die hantet sofort du bist grad nicht alleine in dem Haus also Schimmer wir haben offen wir haben offen Gott ich hab so ein Trauma dass wenn man alleine ist sie direkt hantet ey da links ist das vorhin geflogen haben wir es jetzt neben links neben der Tür ups ja wir haben Orbs aber die sieht man jetzt grad nicht mehr ja egal Hauptsache du hast sie gesehen über vertrauen wir den Link? ja aber Laura hat die noch nie gesehen ach so you can look at my stream there were Orbs okay wir hatten jetzt EMF Ebene 5 Fingerabdrücke und äh Orbs ja genau richtig? dann kannst du nur ein Obake sagen ach wir hatten EMF Ebene 5 ja ja hat zumindest Caro gesagt ja hatten wir ein Obake was ist das denn für ein Geist bei der Interaktion mit der Umgebung der lässt eine Obake nur selten eine Spur weil ich ja eine einzigartige Spur furchterregende Gestalt Wandler ja Suki was? oh ich bin unscharf warum bin ich denn unscharf? hä der kann Formen annehmen ich bin die ganze Zeit scharf du bist immer scharf scharf Leute danke ähm wie der kann andere Formen annehmen wenn ihr die Taschendampen ausmacht könnt ihr den Bildschirm besser sehen ja das ist natürlich das ist eine gute Empfehlung meine ist aus die Taschendampen ist an? keine was? also meine kann an sein ja dann do it aus ja mach mal aus bitte die Tür hat sie aufgemacht boah sie ist ja so eine Sneakerin was ist denn mit ihr los? aber wir haben es doch oder? habt ihr schon alle eingeloggt? ja ich hab die wirklich gesehen warte ich kann gerne eine Wiederholung von meinem Stream eben gucken wenn euch das recht ist mach Ronald oh ähm I have to open aber wir haben keine optionalen Ziele also wenn wir jetzt irgendwas ähm verkacken dann ähm ne ja das machen wir noch die Option ja machen wir jetzt mal ach das machen wir noch kein Problem ne Kerze ne Kerze haben wir nicht das heißt wir müssen äh Zeuge des Geister-Events werden und ein Foto machen wer hat die Kamera? wer macht ein Foto von der alten? ich hab die Kamera ja Kerze auspusten ist easy Kerze auspusten ist easy ja aber wir haben keine Kerze dabei leider ja aber wir haben keine Kerze dabei leider ne aber wir vertrauen dir nach ihnen und wenn es falsch ist dann äh lässt du die nächste Runde die Gegenstände sprengen ha 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 okay also machen wir jetzt noch ein Foto vom Geist und werden Zeuge eines Geister-Events ach ach chillig wir machen mal eben kurz ein Foto von der gar kein Problem okay wir machen direkt ein Selfie mit der chillig jetzt find ich's komisch dass wir keine Orbs mehr sehen Nadine aber ich hab da wirklich was fliegen sehen Nadine hab doch mal Vertrauen in dich selbst wir vertrauen dir du brauchst noch vertrauen aber wir haben keine Kerze ne das ist jetzt das einzige was wir haben boah egal also wie Laura sagte wir gehen rein machen kurz ein Selfie mit ihr und na nächst mal kaufen wir eine Kerze so let's go mach mal eben schnell ein Selfie mit der alten und andere ganz easy mach nochmal die Taschenlampe aus ihr folgt mir oder? ja Nadine ne Nadine ist wieder im Van in den Häusern stehend Kerzen im den Häusern stehend Kerzen Nadine bist du wieder im Van? in den Häusern stehen Kerzen in den Häusern stehen Kerzen in den Häusern stehen Kerzen du Schiss Bugs Nadine Nadine in den Häusern stehen Kerzen wo wo ist sie denn? blöde ja ich muss sie in den Mission Oh, da ist eine Kerze. Kann ich die einfach nehmen, oder was? Wo denn? Wo bist denn du? Ich kann die ja gar nicht nehmen. Ach, hier bist du. Komisch. Hier in der Eingangstür rechts. Ja, aber wie nehme ich die denn? Aber du hast gerade auch einen Schlüssel genommen. Ja. Ich weiß nicht, wofür der ist, aber kann man mal machen. Ich will doch diese Kerze so nehmen. Ich bleib jetzt einfach hier, bis die... Oh Gott, hantet die? Nein. Okay. Oh mein Gott, was hab ich denn jetzt gemacht? Du stehst einfach. Ich kann das Stäbchen, falls wir in Gefahr kommen. Nadine! Ja, Nadine, du musst bei mir bleiben mit dem Kruzifix, weil... Okay, ruhiger Stäbchen dann eben, weil ich mach ja ein Bild. Ich bin kein Kruzi-Kruz. Oh Gott. Ey Leute, kann ich hier oben stehen bleiben, oder töte sie mich hier auch? Aber ist das schlau, wenn ich mich... Aber wir kommen jetzt runter. Leute, ist das schlau, wenn ich mich jetzt opfer, weil ich wegen den Sanity-Pillen... Ja, das kann mal jemand auf die Tür zu machen. Einfach, einfach laufen. Jetzt? Ja, ich backe hier irgendwie gerade rein. Oh nein. Oh nein. Lauf. Hä? Ich komm hier nicht mehr. Duck dich mal, duck dich mal. Ähm, was ist mit dir? Duck dich. Und jetzt, komm. Ja, jetzt. Du hast an der Decke gebackt. Nadine, 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 hör auf. Hör auf jetzt. Das ist alles nur wegen der scheiß Kerze. Jetzt kommt da... Jetzt stellt euch nicht draußen hin. Wenn einer gleich drin ist und die Hand tut, ist das nicht so optimal. Nadine, jetzt komm noch ein Stückchen hier. Komm ran jetzt hier. Komm jetzt hier ran. Lisa, Lisa. Nadine, weg von der Tür jetzt. Ihr dürft mir nur nicht hier im Blitz stehen sehen. Achso, was willst du denn jetzt? Ich sprinte direkt hoch, wenn die kommt und mach ein Bild. Und nach hoch. Wir gehen da hinten, wo Laura sich gerade versteckt. Okay. Wieso geht denn meine scheiß Lampe nicht aus? Wo ist Laura denn? Ach da. Aber wo ist meine Lampe nicht aus? Ach da. Ja, dann weiß man nicht. Kann ich jetzt mal kommen? Lisa. Lisa, 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 Lisa. Ich weiß nicht, wie man diese nervigen Räucherstäbchen anmacht. Ach, du musst eine Hand für die frei haben. Ja, das ergibt Sinn. Warte. Aber Nadine, ist das schlau? Wenn du jetzt ein Räucherstäbchen anmachst, dann kommt die ja gar nicht. Warte mal kurz. Ich bring mal kurz das Kino. Ich weiß aber auch nicht. Oh Gott. Ach so, ja, dann kommt mit Tschüss. Ey, gerade als ihr rausgegangen seid, hat das Licht geflackert. Nadine, kannst du B drücken? Dann höre ich dich auch. Hallo. Ja, genau. Danke. Tschüss. Lisa, komm. Was denn? Äh, Nadine, hast du das Feuerzeug mit für dieses Räucherstäbchen? Kannst du mal eine Kerze anmachen? Wo hast du denn jetzt die... Ah, nee, du musst das dann selber aufheben. Warte, ich schmeiße es mal eben weg. Scheiße. Okay. Ey, wo kann ich das denn nochmal machen? Leute, wenn ihr... Ihr liegt da. Macht die Tür mal jetzt. Nadine, komm jetzt rein. Du schließt mich hier gerade aus. Ja. Hallo, ich hätte gerne das für euer Zeug, bitte. Du musst dann einen Platz schaffen, oder? Ja, ich habe doch einen Platz. Ich habe gerade meine Spiritbox dafür weggeschmissen. Lisa, wie heißt die denn mit Nachnamen? Kann man jemand eben... Wie heißt die mit Nachnamen? Kannst du es mal wieder aufheben? Ähm. Oder ich schmeiße die Kerze ab, dann kann ich... Was macht ihr denn da? Kannst du die Kerze... Bin ich schon wieder weggepackt? Was macht ihr denn? Kannst du die Kerze nehmen? Hä, aber das kann... Wow, 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 wow. Oh mein Gott, was? Wow, 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 wow. Nadine, jetzt komm nicht... Geh jetzt nicht raus. Ja, okay, chill. Ich muss mich bücken. Warte. Äh, C. Ey, das ist irgendwie versunken. Ich kriege das Feuerzeug auch nicht mehr, ne? Verdammt. Lisa. Hast du die Kerze auf? Please, Bab. Das muss ich mal eben werfen. Wie werbe ich das denn nochmal? Aber wofür willst du die jetzt anmachen genau? Was ist denn eure Mission? Das ist eine Aufgabe. Achso. Das ist eine Aufgabe, dass du die ausbläst. Ähm. Ey, ich kriege diese blöde... Shit, ich hab die Räucherschule... Oh. Ja, wusste ich doch nicht, dass wir die jetzt auf einmal... Nadine. Ich check das ja sowieso. Mann, Nadine. Hat die euch angehaucht oder... Nein, ich glaube, jemand hat geatmet. Achso, cool. Was ist denn jetzt mit der... Aber wie mache ich denn jetzt die Kerze hier an? Was machst du? Wie habe ich denn... Ja, ich habe das jetzt hier irgendwie aus Versehen an dem... Achso, die Kerze an. Oh ja. Und jetzt müssen wir einfach warten. Jetzt müssen wir warten. Aber die muss ich dann in ihren Raum stellen. Ja, mach mal. Vielleicht hantet die dann. Leute, hier liegt doch ein Ouija-Board. Haben wir das alle nicht gecheckt? Wie? Was macht ihr denn? Alter, hier ist ja alles ausgeräuchert. Ich kriege hier gar nichts mehr. Was steht ihr da so im Türrahmen? Was ist denn mit euch? Gar nicht. Ja, ihr gammelt da im Türrahmen. Was ist das? Lisa. Wie heißt sie denn jetzt? Lisa Moore. Lisa Moore. Lisa Moore. So heißt sie. Oh, 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 oh. Okay. Leute. Ja, okay. Nehmt die beiden zuerst. Rechtsklick muss ich drücken. Ja, okay. Wow. Okay. Wie wir hier so gammeln und warten. Wer hat die Tür hier wieder aufgemacht? Was ist das denn jetzt hier? Achso, ich. Entschuldigung. Ich hatte Angst. Ja, aber ist eigentlich ganz gut, weil... Ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegen wir direkt mit, wenn sie hantet. Bitte schön. Kann mal jemand diese schrecklich piepende Ding wegwerfen? Nein, ich geh da jetzt nicht rein. Ich... Ich kann sonst kein Bild machen. Liesbett. Ist das hier eigentlich auch reingebackt oder kann ich die wieder aufheben? Ne. Ne, du musst da wirklich mit deinem Dings drüber und dann kannst du die aufheben. Vielleicht kommt... Ja, mein Kreis ist da drüber. So, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Moor. Immer noch. Ja, habe ich doch richtig gesagt dann. Warum kommt die denn da nicht? Ähm, aber ich kann... Ich glaube, dass ich daran... Lisa Moor. Ich glaube, dass... Ich glaube, dass ich daran... Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, dass ich daran... Das... Nadine. Das liegt daran, dass wir die ganze Zeit im Türrahmen stehen. Dann kann sie auch nicht handen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter weg von der Tür. Oh Gott. Ja, jetzt geht die Action ab. Warum? Ne, nur so. Nadine, du stehst in meinem Selfie-Blicklicht. Ich stehe immer in deinem... Ich mache einfach tausend Bilder, wenn sie kommt, oder? Okay, schon besser. Ja. Ah, das ist ja schon viel besser. Lisa, komm jetzt, ran. Lisa Moor, Lisa Moor, Lisa Moor. Was hat Isabel noch gesagt? Lisa Moor. Lisa Moor, Lisa Moor, Lisa Moor. Okay, jetzt. Nein! Ich hab ein Bild gemacht. Ich hab ein Bild gemacht. Ja, du musst einfach nach au... also nach innen musstest du ziehen. Okay. Hey, wir haben ein Foto! Zeuge eines Geister-Events? Hä? Haben wir geschafft! Aber warum denn Zeuge eines Geister-Events nicht? Sorry, wir haben sie doch so gehanden sehen. Vielleicht hat sie nichts umgeschmissen und so. Aber sie hat kein Foto von ihr gemacht. Super! Äh, was loggen wir jetzt ein? Wir haben schon was eingeloggt, oder? Obake. Okay, guck mal. Soll ich's zu machen? Ja, ne? Hast du schon eingeloggt? Warte, ich guck mal eben. Wo haben wir's denn? Obake, ne? Ja. Chili! Warte, ich will einmal das Gute gucken. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung! Ne, alles gut, ich hab's hier. Man sieht ja gar nix! Man sieht nix. Warte, wo war das? Hallo! 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 Ich war einfach so tapfer und hab da so lange gewartet, bis die auf mich zugekrabbelt kam. Und dann hab ich abgedrückt. Wie sah die denn aus? Wie sah die denn aus? Die war auf dem Boden. Hat schön gekrabbelt. Auf mich zu. Ich hab einfach... Ich glaub, man hat einfach nur einen schwarzen Schatten gesehen oder so. Aber... Achso. Ich hab einfach die Kamera drauf gehalten. Aber Leute, ihr seid jetzt Level 8 und ich bin Level 3. Ist das nicht wahr? Wiii! Oha, wir sind einfach... Was ist Craziness? Wo ist Nadine hin? Steht die ineinander? Oder was ist da los? Ich glaub schon. Iiiiih! Ich hab hier dein Gebiss, ey! Ein Fahrer. Caro, du musst die Aufnahme beenden. Ach man, ich vergesse es immer. Ja, Leute, das war eine coole... Okay, ich geh im Schrank. Tschüss! Tschüss! Hallo! Oh, ich hab auch schon vergessen! Dann geh ich halt in den anderen. Ich brauch Privatsphäre. Geh mal weg hier. Ich wollte... Achso, ich wollte ein bisschen mit dir kuscheln, aber... Ja, tschüss! Tschüss! Hallo! Ich komm da nicht hin. Mann! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es mal wieder cool war! Schreibt in die Kommentare... Schreibt in die Kommentare, ob ich nicht ein tolles Selfie mit ihr gemacht hab. Abonniert uns, aktiviert die Glocke. Schaut bei Twitch und anderen Sachen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!